Mit ihrer Zeit beitragen. Nimmst du schon auf? Oh, filmen wir schon. In diesem Sinne beginnen wir an. Ja. Herzlich willkommen zu diesem Adventskalender-Tipp. Grüß dich miteinander. Mit diesem Tipp möchten wir euch einen Einstieg in den Tag etwas vereinfacht. Mit dem einen oder anderen Tipp helfen in dieser nicht einfachen Zeit. Einfach wie ihr wollt. Mein Name ist Bernhard Grimm. Ich bin Kommunikationstrainer und begleite Menschen und Firmen in ihrer kommunikativen Entwicklung. Und mein Name ist Barbara Vize. Ich bin Coach und fördere Menschen und Firmen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Dann fangen wir an. Fangen wir an. Ich sehe, du hast hier eine Zitrone. Ja, genau. Eine Zitrone. Um was geht es? Wenn ihr eine gelbe Zitrone anschaut, bräuchten sie mit blauen Gläser. Welche Farbe hat sie denn? Wenn ihr jetzt denkt, grün ist das sicher eure Wahrnehmung. Aber die Zitrone ist natürlich immer noch gelb. Und was gilt jetzt? Eure Wahrnehmung oder die Wahrheit? Wenn wir unsere Wahrnehmung nicht hinterfragen, wird sie automatisch zu unserer Wahrheit. Hast du da einen Tipp dazu? Ja. Tue eure Wahrnehmung häufiger hinterfragen. Konstruktiv. Und eure Bilder werden viel, viel klarer. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinn, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. Die Vorgisten kam. Das war der Geist. Sie haben viele Dünger aus dem Alois. Das war der Geist. Und zwar wird sie neben mir. Sie haben jeden Tag. Die Segerin kam.